Wir sind gut ins Jahr 2017 gestartet. Mit 314 Millionen Euro haben wir im ersten Quartal ein ordentliches operatives Ergebnis erzielt. Das ist ein Zuwachs von gut 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis wuchs um gut 28 Prozent auf 217 Millionen Euro. Unser Risikoprofil ist weiterhin sehr gut. Und die harte Kernkapitalquote hat sich auf 12,5 Prozent verbessert. Damit haben wir den nötigen Handlungsspielraum für die angekündigten Restrukturierungsaufwendungen und für die Investitionen, die für unsere ehrgeizige Strategien notwendig sind. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden wachsen wir weiter stark. Allein im ersten Quartal haben wir netto mehr als 150.000 neue Kunden in Deutschland gewonnen. Damit liegen wir über Plan. Das operative Ergebnis lag bei 194 Millionen Euro. Das Segment Firmenkunden erzielte ein operatives Ergebnis von 250 Millionen Euro. Die starke Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten half, die Folgen der Negativzinsen zu kompensieren. Wir sind mit unserer Strategie Commerzbank 4.0 auf Kurs. Wir machen die Bank einfacher, schneller und besser. Auf unserem digitalen Campus arbeiten inzwischen 600 Mitarbeiter an der Digitalisierung unserer Prozesse. Weitere 400 Mitarbeiter werden sich demnächst anschließen. Sie sollen bis 2020 80 Prozent unserer relevanten Prozesse digitalisieren. Gleichzeitig wollen wir kräftig wachsen. Dazu tragen unsere Wachstumsinitiativen bei. Aktuell wird unser neuer digitaler Ratenkredit in den Filialen ausgerollt. Und für den deutschen Mittelstand stellen wir mit einer Kreditoffensive 6 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Unsere Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 bleiben unverändert. Die harte Kernkapitalquote soll bei mindestens 12 Prozent liegen. Kosten- und Risikovorsorge wollen wir stabil halten. Wichtig ist, wir bauen die Bank um, damit wir im Jahr 2020 die wettbewerbsfähigste Bank in Deutschland sind.